ja da wurde ich gegrillt so kross gebraten es auch war ja ich hab's drauf mich durchzublitschen ähm ahja komm schon mach ja ich hab's drauf das ist geil ne das ist keine mehr was habe ich mir denn dabei gedacht ok ich hoffe ich hab alle Kisten aber es wär gut ja hab ich aber dass ich mich da so durchglitschen kann das ist interessant hab ich noch nie so rausgefunden hab ich mal was dazugelernt so nur noch space out ja eine brennende platte das war so klar woher soll ich hier wissen woher soll man wissen dass es heiß ist ich überlege ob ich danach drei spiele mal gucken aber im herbst hab ich das mehr geplant als jetzt wenn mir halt die rom datei schicken möchte ja da muss ich aber auch die person vertrauen so sieht's aus heißt ich brauche eine zuverlässige quelle und in die tür reingehauen ist das schön und in die tür noch gestorben, ja. Ein paar Fails habe ich heute hingelegt. Hm? Geht! So, damit haben wir den letzten Kristall. Eigentlich hatte ich ja eigentlich ursprünglich geplant, nach Crash 2 Disney's Tarzan zu machen, weil das ist auch ein Spiel, was ich noch gerne gezeigt haben will, bevor es mit der letzte, dass so was losgeht, Part 2. Er wird die Energie sammeln und sie zum Antrieb der Super Cortex Vortex in seiner Raumstation benutzen. Wenn die Vortex zum Einsatz kommt, wird die gesamte Welt Cortex untertan sein. Crash, nehmen wir die Kristalle ab! Nee Cortex, du wirst jetzt von mir vernichtet und ihr bekommt das erste Ende. Wir müssen ihn einfach nur daran hindern, dass er nicht in eine andere Dimension kommt oder reißt. Ach, Asteroiden! So ein Mist auch! Einmal habe ich dich getroffen, mein Freund. Aber ob es mir nochmal gelingt? Äh, ja. Ach, ich kann das Ding nicht steuern. Shit! Ich muss ihn einholen, das schaffe ich nicht! Jawoll, das war's! Nein! Dir werde ich schon noch zeigen, Crash von der Gute! Krass, was ist wohl mit Cortex geschehen? Und was ist mit der Cortex Vortex? Sie ist doch da oben! Ja, damit habt ihr jetzt das erste Ende bekommen, Leute! Und ähm... Ja, ich werde natürlich jetzt erstmal gleich mal einen Schnitt vornehmen, um mal zu gucken, ob das überhaupt synchron ist. Ja, weil ähm... Manchmal hatte ich den Eindruck, ich habe mir mal so die meisten Paares angeguckt von mir selber. Mir ist manchmal so aufgefallen, dass in manchen Videos von mir irgendwie der Bild nicht... Irgendwie halt auch der Ton nicht synchron ist mit dem Bild. Bedeutet, ähm... Halt einfach, dass irgendwie... Wenn man das im Gameplay sieht, dass es ein paar Sekunden später ist, irgendwo ankommt und das ist ein bisschen doof. Das ist ziemlich scheiße, um ehrlich zu sein und... Daher... Muss ich da auch erstmal gucken, wie man das hinkriegt, ey. Ich versuche es ja immer mit allen Mitteln und Zwecken, wie das... Ja, ein bisschen besser sich anhört. Ich würde das jetzt gerne wegdrücken. Aber da sieht man auch so, ey... So dieses... Alt getrimmte Crash 2. Das ist schon so alt. Aber die 90er, die waren echt geil. An die ich mich so was von noch erinnern werde. Noch mein Leben lang. Und... Ja... Ich fand's geil, so die damalige Zeit. Da kann man wirklich nicht meckern, weil... Ich denk's mir so. Das Remake dafür, das haben sie echt gut hingekriegt. Kann man nicht anders sagen. Was ich mir da vielleicht noch wünsche... Weitere Remakes zu der kompletten Crash Reihe. Wär ne Idee. Aber ich würd gern noch 20 Minuten aufnehmen und dann... Mach ich erstmal ne Schicht. So, wo fangen wir denn an? Was haben wir denn? Wir haben 61%. Ich würde sagen... Wir gehen jetzt erstmal in die Bereiche... Wo wir halt zumindest anfangen jetzt zu komplettieren. Ja... Das ist jetzt der Plan. Äh... Wo fangen wir denn an? Mir fehlt zum Beispiel jetzt hier... Der gelbe. Ich hol jetzt erstmal die Farbigen, die mir fehlen. Ja... Den gelben holen wir. Ja... Und wenn man auf ein Spiel... So lange wartet wie... Raven 3. Entschuldigung... Äh... Das hatte auch einfach private Gründe, warum das noch nicht kam. Die müsste ich auch nicht erwähnen. Und deswegen... Ähm... Ja... Müsst ihr euch, wie ich gesagt habe, schon in Geduld üben. Tut mir leid, aber es müsst ihr. Punkt. Und... Wer das nicht kann, ist ja einfach falsch. Deshalb... Ich musste erstmal ganz genau mich erkundigen. Wie ich an die... äh... Raumdatei herankomme, weil... Das ist ständig schon irgendwo ein bisschen scheiße. Er hat mich erwischt. Zurecht. Schaff ich nicht. Ich kann eigentlich komplett neu machen. Das nervt mich gerade aber richtig hart. Jetzt komm mach ey. Danke. Rüber. Deshalb... ähm... Erstmal eine Sache und dann... Später die andere. Ja... Und ich habe im Informationsvideo auch bereits gesagt, was erstmal zuerst kommt. Und... Zuerst kommt. Ok... Jetzt erstmal hier... Schaffen. Ich will es einfach endlich mal geschafft haben, den gelben zu holen. Und das wäre jetzt wichtig. Ohne den ist das ein bisschen... doof. Ja, ich werde eh getroffen, von daher... Bist du einfach nur dumm getimed. Komm, mach, mach, mach. Ja, hm. Schnell. Das schaffe ich nicht. Alter. Das wird verdammt knapp. Ja, danke. Was für eine knappige Geschichte. Ja, genau passend. So, jetzt holen wir uns den Roten. Und da weiß ich auch schon, wie ich den bekomme. Das war. Dann müssen wir, glaube ich, hierhin zu R-Crash. Und da gibt es, glaube ich, auch den Roten, wenn ich mich nicht täusche. Ich meine mich da an eine Stelle zu erinnern, wo das so ist. Tschüss. Ja, hier war's. Noch einover. Das war's. Nein, nee, nee, nee. Angst. Und zu dem Tony und erg